Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das IO-Technology Bundle von KinderGrey und RIN. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, der Trade-List und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zu dem Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. IO-Technology von KinderGrey und RIN. Das Ganze am 26. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, das Ganze ist tatsächlich ein Bundle zu der Single. Gibt es auch sehr selten. Wir haben hier zwei Teile hier dem Bundle zugehörig. Einmal die Single an sich, IO-Technology und zum zweiten Bundleinhalt haben wir hier ein Shirt. Ja, die Single am 26. Juni erschienen. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase, in das man hier die CD reingepackt hat. Wir haben hier einerseits das Cover, unten rechts die beiden Interpreten und links unten gibt es dann noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Das Ganze gab es meines Wissens physisch wirklich nur in dieser Bundle-Variante und das Ganze wurde auch, wie wir hier auf dem Cover sehen können, unterschrieben. Also sowohl RIN als auch KinderGrey haben hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Auf der Seite lesen wir auch wieder Interpreten plus Single-Titel und auf der Rückseite haben wir dann zwei Tracks. Nummer eins natürlich der Track an sich und Nummer zwei die Instrumental-Variante. Der Track ist, hier steht es auch, produziert von Alexis Troy. Das Ganze ist erschienen über Division. Dort sind ja auch die beiden Herrschaften unter Vertrag. Rechts unten gibt es einen Barcode. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir zum Booklet, das recht dünn ist. Also es ist so ein Einleger, den ich hier, ja doch, es geht, rausbekomme. So, das ist das ganze Booklet. Bedeutet, wir haben hier die beiden Herrschaften in schwarz-weiß abgebildet. Links RIN, rechts KinderGrey. So sieht das aus. Ansonsten hier nichts weiter drin, also keine Credits oder Lyrics mit dabei. Hier dann die CD. Die sieht so aus. Also auch hier wieder dieser Farbverlauf, den wir auf dem Cover haben. Und die Rückseite schwarz. So, und der zweite Bandleinhalt ist in diesem Fall dann das Shirt. Wir werden ja mal kurz hier den Staub abklopfen. So. Das Shirt, ganz klassisch gehalten hier auf der Vorderseite, einfach in schwarz. Und dann haben wir hier auf der linken Brust die Interpreten plus den Album-Titel. Und hier noch ein Plus-Zeichen. Ansonsten ja alles komplett in schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann diesen Farbverlauf wieder vom Cover und auch nochmal den Titel. Hier dann auch noch die Blitze etwas besser sichtbar als auf dem Cover der CD. So sieht das aus. Und bei dem Shirt handelt es sich hier um ein... Wo haben wir es? Müssen wir kurz umdrehen. So, das Shirt ist ein Gildenhammer. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Scheinbar neu. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Das Ganze ist in der Größe M und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Was die Größe betrifft, Größe M, die konnte man sich frei auswählen. Also die war in einem Shop. Also das Ganze konnte man bestellen über den Shop von Division. Konnte man die Bundle Größe, die Shirtgröße entsprechend auswählen. Ich habe mich natürlich wieder für Größe M entschieden. Aber liegt natürlich bei euch. Könnt ihr auch gerne in einer anderen Größe wählen. Gut, das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Wie gesagt, Größe frei wählbar. Und natürlich die Single mit den zwei Tracks. Den Track an sich, IO Technology und dem Instrumental. Das Ganze hier im regulären Toolcase mit den beiden Unterschriften hier auf dem Cover. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single beziehungsweise dem Bundle. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ring und Kinder Grey unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war es für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao.